Willkommen bei Umzugstransporte Auf- und Abbau Petzke in Schneverdingen, Ihrem zuverlässigen Partner bei Umzügen, Entrümpelungen und Renovierungen. Inhaber Daniel Petzke und sein Team sind sowohl regional als auch deutschlandweit für Sie tätig. Ob Umzug, Entrümpelung, Haushaltsauflösung oder Winterdienst, wenn es um Ihre vier Wände und damit verbundene Arbeiten geht, sind Sie bei uns genau richtig. Wir arbeiten vom ersten Kontakt bis zum letzten Handgriff durchgehend sorgfältig, detailgenau und präzise. Jeder Arbeitsschritt und jedes Detail wird vorher von uns genau geplant und nach Ihren Wünschen umgesetzt. Als stetig expandierendes Unternehmen setzen wir uns voll für Ihre Interessen ein und bieten Ihnen den Service, den Sie benötigen. Flexibel und zuverlässig führen wir alle Arbeiten durch, bei Bedarf auch mal ganz kurzfristig. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise, Kompetenz und Zuverlässigkeit für kleine und große Projekte jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns für ein unverbindliches Angebot an! Römer